Der große Stau. Sarah wohnt in Köln. Heute will sie mit dem Auto nach Frankfurt fahren. Sarah will in Frankfurt ihre Freundin besuchen. Die Freundin heißt Marie. Dafür fährt Sarah über die Autobahn A3. Die Fahrt dauert ungefähr zwei Stunden. Die beiden Freundinnen wollen zusammen einkaufen gehen. In Frankfurt kann man gut einkaufen gehen, weil es dort sehr viele Geschäfte gibt. Danach wollen sie noch etwas essen gehen. Sie wollen bei einem Italiener Pizza essen. Sarah freut sich auf den Tag. Sie hat Marie schon lange nicht mehr gesehen. Sarah fährt mittags um zwei Uhr in Köln los. Sie hat sehr gute Laune. Sarah macht das Radio ganz laut. Und sie singt laut mit. Auf der Autobahn fahren sehr viele Autos. Sarah muss sich konzentrieren. Aber das Fahren mit dem Auto macht ihr viel Spaß. Sarah fährt auf der Autobahn gerade in ein Tal hinein. Das heißt, sie fährt einen langen Berg hinunter. Weiter vorne geht es dann wieder den Berg hoch. Hier kann Sarah weit über die Autobahn gucken. Das heißt, bei den Autos blinken die Lichter neben dem Kofferraum auf beiden Seiten gleichzeitig. Das ist ein Zeichen für Gefahr. Sarah nimmt den Fuß vom Gaspedal. Sie wird langsamer. Dann muss sie stark bremsen. Alle Autos vor ihr stehen auf einmal. Sarah denkt, Mist. Das ist bestimmt ein Stau. Hoffentlich komme ich jetzt nicht zu spät. Bei einem Stau ist es oft so. Die Autos bleiben nicht komplett stehen. Sie fahren zwischendurch immer wieder ein kleines Stück weiter. Dann stehen die Autos wieder. Dann fahren sie wieder weiter. Aber dieses Mal stehen die Autos alle still. Kein Auto bewegt sich. In der Fahrschule hat Sarah gelernt. Bei Stau muss man eine Rettungsgasse bilden. Das heißt, man muss das Auto so hinstellen, dass die Rettungskräfte durch den Stau zum Unfall fahren können. Die Rettungsgasse geht so. Die Autos, die auf der linken Spur stehen, fahren ganz nach links. Bei Sarah ist es so. Die Autobahn hat drei Spuren. Sarah steht mit ihrem Auto auf der Spur in der Mitte. Die LKWS neben Sarah sind ganz nach rechts gefahren. Sie stehen jetzt auf dem Standstreifen. Sarah fährt mit ihrem Auto auch so weit nach rechts, wie es geht. Die Autos auf der linken Spur fahren alle weit nach links. Jetzt ist in der Mitte genug Platz für die Rettungskräfte. Sarah macht den Motor von ihrem Auto aus. Sarah denkt, ich glaube, dieser Stau dauert länger. Im Radio laufen gerade die Verkehrsnachrichten. Sarah hört genau zu. Die Frau im Radio sagt, Achtung, liebe Autofahrer auf der A3 von Köln in Richtung Frankfurt. Ein Unfall zwischen Limburg und Bad Kammberg. Ein LKW ist umgekippt. Und der LKW hat seine Ladung verloren. Im Moment ist die Autobahn in beide Richtungen voll gesperrt. Die Frau im Radio redet weiter. Die Polizei sagt über den Unfall. Die Sperrung wird wahrscheinlich noch 90 Minuten dauern. Im Moment haben wir 10 Kilometer Stau. Und der Stau wird immer länger. Sarah weiß nicht genau, wo sie gerade ist. Aber sie weiß, wenn der Motor aus ist, dann darf sie das Handy im Auto benutzen. Sie öffnet die Landkarte auf ihrem Handy. Das Handy zeigt, Sarah steht mitten in dem Stau zwischen Limburg und Bad Kammberg. Sarah denkt, jetzt komme ich auf jeden Fall zu spät. Sarah schreibt mit dem Handy eine Nachricht an Marie. Hallo Marie. Ich stehe im Stau. Hier ist ein großer Unfall. Ich komme wahrscheinlich zwei Stunden zu spät. Marie schickt sofort eine Antwort. Hallo Sarah. Das ist schade. Sarah ist langweilig im Stau. Sie schaut sich um. Neben ihrem Auto ist ein großer LKW. Der LKW transportiert neue Autos. Vor Sarahs Auto steht ein großes weißes Wohnmobil. Auf der linken Spur steht ein schneller Sportwagen. Ein Cabrio. Das heißt, das Auto kann das Dach aufmachen. Der Sportwagen ist gelb und hat schwarze Streifen an der Seite. Hinter Sarahs Auto steht ein kleines gelbes Auto. Sarah kann in ihrem Rückspiegel sehen. In dem gelben Auto sitzt eine Frau. Auf der Rückbank sitzen drei Kinder. Neben Sarahs Auto steht ein LKW. Aus dem LKW steigt ein Mann aus. Der Mann sieht nett aus. Er klopft an die Scheibe von Sarahs Auto. Sarah wundert sich. Was will der Mann von mir? Sarah macht die Fensterscheibe runter. Der Mann sagt, Hallo. Mein Name ist Peter. Ich will mir jetzt in meinem LKW einen Kaffee kochen. Möchtest du auch eine Tasse Kaffee haben? Ich gebe dir gerne etwas ab. Sarah freut sich. Sie sagt, Ich heiße Sarah. Ja, Ich möchte sehr gerne einen Kaffee. Sarah steigt auch aus ihrem Auto aus. Sie steht mitten auf der Autobahn. Da, wo sonst die Autos rasen. Das ist ein komisches Gefühl. Es fühlt sich fast verboten an. Der Mann aus dem Sportwagen fragt den LKW-Fahrer. Kann ich auch einen Kaffee haben? Der LKW-Fahrer sagt, Ja, natürlich. Ich mache einfach eine große Kanne Kaffee. Der Mann aus dem Sportwagen sagt, Ich habe Kekse. Die teile ich mit euch. Auch aus den anderen Autos in der Nähe steigen die Menschen aus. Sie reden miteinander. Die Familie aus dem weißen Wohnmobil packt einen Tisch und ein paar Stühle aus. Sie stellt den Tisch zwischen das Wohnmobil und Sarahs Auto. Jeder holt etwas zu essen oder zu trinken aus seinem Auto. Die Menschen stellen ihr Essen und trinken auf den Tisch. Sarah hat eine Tüte Gummibären im Auto und ein paar Zitronenbonbons. Sie legt die Sachen auf den Tisch. Außerdem sind noch diese Sachen auf dem Tisch. Alle Menschen teilen ihr Essen und trinken. Sie reden und erzählen Geschichten. Die Stimmung ist gut. Es ist fast so wie auf einer Party. Aber alle Menschen bleiben in der Nähe von ihren Autos. Vielleicht ist der Stau ja jeden Moment vorbei. Nach einer halben Stunde muss Sarah plötzlich dringend aufs Klo. Sie wird ganz nervös. Sarah weiß nicht, was sie jetzt tun soll. Es ist keine Raststätte in der Nähe. Und neben der Autobahn ist nur Wiese. Es gibt keine Bäume und kein Gebüsch. Sarah kann also nicht heimlich irgendwo Pippi machen. Die Frau aus dem Wohnmobil merkt. Sarah ist ganz nervös. Die Frau fragt. Was ist los? Kann ich dir helfen? Sarah sagt. Ich muss mal ganz dringend aufs Klo. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Die Frau sagt. Kein Problem. Unser Wohnmobil hat ein Klo. Das darfst du gerne benutzen. Sarah ist sehr froh. Sie geht im Wohnmobil aufs Klo. Danach fühlt Sarah sich besser. Der Stau dauert jetzt schon mehr als zwei Stunden. Sarah wird etwas ungeduldig. Sie hat im Stau viele nette Menschen kennengelernt. Aber Sarah möchte jetzt auch gerne weiterfahren. Marie wartet doch in Frankfurt auf sie. Der Mann aus dem Sportwagen ruft plötzlich laut. Achtung! Die Verkehrsnachrichten sagen, die Autobahn ist wieder frei. Der umgekippte LKW ist weg. Der Stau ist gleich vorbei. Geht alle zurück in eure Autos. Sarah freut sich über diese Information. Sie nimmt den Rest von ihren Sachen vom Tisch. Dann setzt sie sich wieder in ihr Auto. Sarah schreibt eine Nachricht an Marie. Hallo Marie. Der Stau ist bald vorbei. Ich bin bald bei dir. Ich freue mich schon. Fünf Minuten später ist es endlich soweit. Die Autos fahren langsam wieder los. Sarah winkt den anderen Fahrzeugen zum Abschied. Dem LKW mit den neuen Autos. Dem weißen Wohnmobil. Dem gelben Sportwagen. Und der Frau mit den Kindern. Alle winkten Sarah zurück. Sarah denkt, Stau ist total blöd. Aber ich habe nette Menschen kennengelernt. Deshalb war der Stau auch ein bisschen schön. Auf dem Rest von der Fahrt hat Sarah keinen Stau mehr. Eine Stunde später ist sie endlich bei Marie. Die beiden Frauen essen erst mal zusammen eine Pizza. Und Sarah erzählt Marie von dem Stau. Und von den netten Menschen. Marie sagt, ich habe noch nie von so einem tollen Stau gehört. Außerdem erklärt Marie, bei einem Stau darfst du nicht aus dem Auto aussteigen. Das ist verboten. Aber du hattest Glück. Die Polizei hat das nicht gesehen. Beim nächsten Mal bleibst du besser im Auto sitzen. Nein. Vielen Dank.